Kain, es sieht fast so aus, als wollten Sie uns vom Bahnhof fernhalten. Aber warum? Halt. Ich glaube... Angriff! Durchbruch beim Ramses-Bahnhof! Kain, geht es dir gut? Es war Taylor. Sie haben Dr. Salim. Kain, wie hat Taylor Salim gefunden? Woher wusste er, dass wir ihn haben? Verheiligst du uns irgendwas? Ich, Taylor. Bist du es? Kain, es sieht fast so aus, als wollten Sie uns vom Bahnhof fernhalten. Aber warum? Halt. Ich glaube... Angriff! Durchbruch beim Ramses-Bahnhof! Kain, geht es dir gut? Es war Taylor. Sie haben Dr. Salim... Kain, wie hat Taylor Salim gefunden? Woher wusste er, dass wir ihn haben? Verheiligst du uns irgendwas? Sie sagt die Wahrheit, Hendrix. Taylor? Bist du es? Ich weiß nicht, was zur Hölle hier los ist. Oh doch. Du weißt alles. Du weißt es nur noch nicht. Kain, kannst du ihn orten? Nicht von hier. Kehre zurück zum Unterschlupf. So, nochmal. Also ich fange noch nicht mal an zu quatschen und schon... sterbe ich. Au, 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 au! Wer zum Scheiß war das? Er brennt. Hab's nicht anders verdient. Die will zu uns. So, ein bisschen Money aufstocken und erstmal die rein und dann erstmal... das. Ab dich. Ab dich. Ich sag dir, ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ab, wo sind sie? Gegner. Ah, ah, ah. Ein Schuss, Drohne, Tod. Mein Name ist Baby. Wow, 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 übertre... Oh. Sag mal, der darf zwar hin ist. So, aufräumt, Daddy. Krieg vor mir, weiß ich nicht. Oh, schade, wieso denn? Boom. Na, na, na. Hallo? Hallo? Fahr noch! Ich will ja aufräumen. Ach, das ist gut. Weiter geht's. Ach nee, da ist ja noch einer. Aber egal. Deine Granate kannst du dir ganz schön direkt mal woanders hinstecken. Wow, weiter, Jungs. ...systeme immer noch im Eimer. Ihr müsst einen Weg finden. Kane, da vorne ist der Verbündete. Suche Lebenszeichen. Das Lebenszeichen reicht mir. Wo sind denn hier Gegner? Ich darf. So, kann ich jetzt gehen? Hey, brauchen wir nicht Hilfe. Okay. Bereit? Ja. 1, 2, 3. Hey, Mann, lebt da drin noch jemand? Verbündete, kommen rein! Langsam, das Ding hängt am Seiden in Pfaden. Wow, 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 nicht schießen! Freunde, Winslow abkommen! Helfen Sie mir, bitte! Scheiße! Okay, ich werde sie bewegen. Nicht wie raus da! Der Pilot ist tot! Scheiße, komm schon! Wir müssen los! Ja, klar, von einer Scheiße in die nächste. Und wir nehmen mal den Kleen. Ups, falsche Richtung. Mann, mach doch nicht mal einen kleinen Schnucki kaputt! Wir hakenen der ASP, setzen uns zu! Zerstören Sie! Nein, 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 nein! Wir haben den nicht auf! Wir brauchen Hilfe! Gib ihm! Ach, ach, wer ist da? What? Keine Granaten! Au, au, au! Nein, ich sagte keine Granaten! Ja. So, weiter. Die ASP ausschalten, bevor Ihre Raketen noch mehr Schaden anregen. Ja, au, 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 au! Alter, Finner, was die hier zum Driss machen! Ich habe einen Schaden anregen. Ach, ach, ach! Ach, ach, ach! Ich habe mich nicht in der Tatel. Ach, ach, ach! Ach, ach, ach! Ach, ach, ach! Ach, ach, ach! Autsch! Janis, klar! Muss ja den Kuh, muss ja den Kuh! Immer riesenrot hervor! Komm, 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 komm! Auuuuh, da kommt jetzt am Eich zu! Autsch! Autsch! Oh, oh, nein, 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 nein! Oh, oh, nein, 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 nein! Autsch! 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 Oh, ist doch ganz einfach mit dem Kleen! Hehe! Easy! Normales Rick, habt da nicht mehr drauf, he? Vorsicht, werden angegriffen! Was wohl? Ach, komm! Ich bin ne... Oh, ja, klar! C'mon! Riktor, abgeschossen! Kein Sichtkontakt! Feindlicher ASB! Aup, 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 aup! Belegung! Entdeckung! Die Statue, Sturzstein! Vorsicht! Was? Was für eine Statue? Ich bin grade mit dem hier beschäftigt! Wow! Keine Meatballs! Nein! Keine Meatballs! Meatballs verboten! Ich mag solche Bolognese, aber das ist nicht fair! ...müssen uns der Wahrheit stellen! Wir brauchen den Doktor! Du kennst mich an Rick's besser als irgendjemand anderes! Hey! Ich dachte, du wärst mein Freund! Guck mal, der ist ja noch mal! Du hättest uns nur gehen lassen müssen! Warum lässt du uns nicht einfach gehen? Wir müssen mit Cain reden! Nein! Sofort! Keine Munition! Puh! Ah ne! Komm, 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 komm! Der ist noch! Der ist noch! Der ist nicht mehr! Vielleicht noch eine Scheinung mit dir was lohnt sein! Komm, 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 komm! Au! Oh, schon wieder! Komm schon! Nein! Nein! Ich sagte keine Meatballs! Schneller, schneller! 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 Ah! Ich brauche die Meatballs! Feuer auf die ASP konzentrieren! Ja, bin dabei wie du siehst! Opa! 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 So, die ist erledigt! Fleischbällchen im Anflug! Das war's? Das ist der letzte! Warte! Keine Zeit zu verschwenden! Na los! Nein! Wir haben was übersehen! Was übersehen? Wo ist das Dead System? Dead System offline! Wiederhole! Dead System offline! Scheiße! In Deckung! Ihr wolltet uns doch helfen! Stattdessen haben wir Ramses und bald ganz Kairo verloren! Kalil! Es ist nicht zu spät! Das sind Verräter! Sie hören nicht auf, dem Feind zu helfen! Wir schlagen zurück! Ihr wisst noch nicht mal, wo sie sind! Cain! Was ist mit dem Sender? Finden wir damit, Salim? Das Signal ist stabil! Ziel bewegt sich südlich von Kebesche! Verstanden! Treffen uns im Unterschlupf! Hoffentlich kann ich dir vertrauen! Gibt es einen Grund, dass ich erst jetzt von dem Peilsender erfahre? Haben Cain und du jetzt schon Geheimnisse? Ganz ruhig, Hendrix! Dein Kopf ist seit Singapur nicht mehr ganz klar! Cain hat das nicht entschieden! Ich war's! Wir haben eine Chance! Mit Salim finden wir auch Taylor! Trotzdem war's nicht richtig! Ich habe... ...nur meine Zweifel an dieser verdammten Mission! Ja, ich verstehe! Aber wir haben einen Job! Ich weiß! Es scheint nur falsch! Es scheint nur falsch!